Ja, hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werner's Fußball-Ecke. Habt ihr Lust auf ein neues Bundesliga-Quiz? Ja, dann habe ich eins für euch. Und zwar, ich zeige euch jeweils einen Verein und drei verschiedene Spieler. Und ihr müsst da raten, welcher von den Spielern bei dem Verein gespielt hat. Dann viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Danke euch. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.